Was ist der Körper? Der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes es sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Innerhalb dieser Umzäunung glaubt er nun zu leben, um zu sterben, wenn der Zaun vermodert und zerfällt. Denn innerhalb des Zauns denkt er, sei er vor der Liebe sicher. Indem er sich mit seiner Sicherheit identifiziert, betrachtet er sich selbst als das, was seine Sicherheit ist. Wie könnte er sonst sicher sein, dass er innerhalb des Körpers bleibt und die Liebe draußen lässt? Hier wird uns deutlich nochmals gesagt, in diesem zentralen Körperthema, was ist der Körper? Es ist eine Einbildung, sich innerhalb eines Körpers sicher zu fühlen. Und wir haben uns mit etwas identifiziert, was wir niemals sein können. Und haben einen Zaun darum errichtet, dieser Zaun gewährleistet, dass du und ich getrennt sind. Was niemals sein kann. Doch ist es offensichtlich, dass dies des Egos Plan ist, in dem es glaubt, dass wir getrennt sind, dass wir uns dadurch in Sicherheit fühlen und wähnen. Diejenigen, die sich mit dem Körper identifizieren und glauben, dieser Körper zu sein, sie schlafen tief und kommen nicht auf die Idee, dass es anders sein könnte. Ja, sie stellen sich sogar vor, dass Gott außerhalb von ihnen sein muss und dass alles getrennt ist und dann muss Gott erreicht werden und in irgendeiner Form gefunden werden und dennoch ist er jetzt da, ist es jetzt da, was du suchst, dieser Frieden. Du bist immer noch eins mit ihm. Wir müssen nur den komischen Zaun, den wir errichtet haben, aufgeben. Und das Ego nutzt den Körper, um das Fleischliche, die Form, die Dinge und die ganze Welt, die wir sehen, wahrzumachen. Es macht uns vor, dass dieser Körper geboren wird, lustig ist und traurig ist und irgendwann altert, vermodert und stirbt. Kannst du der Körper sein? Hast du dich das schon mal wirklich gefragt? Kannst du wirklich der Körper sein? Oder gibt es in dir eine Stimme, eine vielleicht ganz zarte Stimme, fast unhörbar, die dir sagt, hey, du bist kein Körper, du bist vollkommen frei. Diejenigen, die tief schlafen, diejenigen, die tief schlafen, kommen natürlich niemals auf die Idee, den Körper in Frage zu stillen. Und sie stellen sich auch deshalb vermutlich niemals die Frage, kann ich ein Körper sein? Sie stellen sich wohl die Frage, wie komme ich da raus? Wie komme ich raus aus diesem, also ich habe mich das, ich kann mich noch gut entsinnen, als meine Probleme zuhauf vorhanden waren. Ich habe mich irgendwie gefragt, wie komme ich hier raus? Ich möchte nicht mehr in diesem Körper sein. Wie komme ich hier raus? Diese Frage stellen sich die Tiefschläfer. Wie komme ich da raus? Diejenigen, die bereit sind, ihrem Erwachen ein Ja zu geben, werden feststellen, ich bin da gar nicht drin. Also die Frage, wie komme ich da raus, ist eine Frage, die uns wieder weitere Konflikte, in uns wieder weitere Konflikte wahrmacht. Ich bin gar nicht drin. Ich bin nicht ich. Ich bin nicht in diesem Körper. Bist du in diesem Körper? Und jetzt lass deinen Aberglauben weg. Der Aberglaube führt dich nicht weiter. Der Aberglaube, den erzählst du dir seit Eonen. Ja, aber guck doch. Aber, aber schau doch. Aber ich bin doch krank, aber ich habe doch diese Konflikte und Probleme. Eben genau dieses Aber ist es, das uns wieder Glauben macht, dass du und ich getrennt sind. Diese Fehlidentifikation. Du hast Probleme, du hast Probleme, ich habe keine. Ich kann deine Probleme lösen und ich kann dir gute Tipps geben, ist schon wieder Trennung. Ich kann dir sagen, was richtig ist und was falsch ist, ist Trennung. Ich weiß, was gut und schlecht ist, ist Trennung. Denn es sind alles Körperideen, Körpergedanken, die natürlich davon ausgehen, dass es ein Du und ein Ich gibt. Dieser kleine Zaun, den wir errichtet haben. Und deshalb stelle ich dir nochmals die Frage und lausche tief, lausche tief in dich hinein. Kann ich ein Körper sein? Das Ego antwortet immer zuerst. Das musst du wissen. Für all diejenigen, die noch der Ansicht sind, aber ich höre die Stimme, meines hohen Selbstes nicht, wisse, das Ego antwortet immer zuerst. Okay, dann kannst du diese Stimme mal ein Nein. Dann kannst du der Stimme sagen, halt die Klappe. Ich habe jetzt lange genug auf dich gehört. Ich höre jetzt auf die Stimme der Wahrheit in mir. Und dann wirst du wieder ruhig und wartest, wie sich die Wahrheit in dir zeigt. Und wenn sie sich in dir zeigt, ist das unmissverständlich. Du wirst deutlich fühlen, was das bedeutet. Unsere Probleme, unsere Urteile und unsere Konflikte oder was immer sich in unserem Dasein zeigt, dem Heiligen Geist zu übergeben, bedeutet letztendlich, dass wir uns von der Wahrheit lehren lassen und nicht mehr vom Ego. Und wer sich von der Wahrheit lehren lässt, der kann sich nicht mehr täuschen über die Dinge, die sich da so darstellen, wie sie sich darstellen. Nein, die Wahrheit kann dir immer nur das eine mitteilen. Du bist frei. Du bist kein Körper. Du bist vollkommene Liebe. Und das bedeutet es zu fühlen. Und das ist das indirekte Lernen. Indirektes Lernen bedeutet, die Wahrheit lehrt dich und nicht du dich selbst. Wer sich selbst lehren will, der muss wieder auf die Stimme des Ego hören, denn du musst wissen, das Ego ist diesbezüglich sehr wach. Sehr, sehr wach. Jede Drohung, jede Bedrohung, die sich darstellt, wird es sofort torpedieren. Und dich wieder in diesen körperlichen Irrsinn hineinziehen. Und deshalb sei du wach. Wach bedeutet, ich höre jetzt auf die Stimme der Wahrheit. Lehre du mich, was es bedeutet. Lehre du mich, was diese Situation ist. Lehre du mich, durch deine Augen zu sehen. Und so werden wir erkennen, dass es nur diesen einen Augenblick gibt. Alle Zeit. Es gibt nichts anderes, wie dieses eine, was jetzt ist. Ohne Vergangenheit und ohne Zukunft. Und es ist verrückt, dieses zu verpassen. Es ist wirklich verrückt. Und es ist das Einfachste überhaupt. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt vollkommen da. Und die Wahrheit wird mich lehren. Ich möchte nicht mehr meine eigenen Ideen wahrmachen. Ich möchte nicht mehr diesen vermoderten Zaun, der wirklich schon ziemlich löchrig ist, ständig wieder herwichten oder ihn verteidigen. Ich möchte tatsächlich nicht mehr Recht haben. Ich möchte durch die Augen der Wahrheit sehen. Und so verlassen wir nach und nach und Schritt für Schritt und ganz sanft diese persönliche Idee, dieser Körper zu sein. Du bist es nicht. Das Versprechen liegt in dir. Wann willst du das Versprechen einlösen? Wann willst du das Geschenk, das dir jetzt überreicht wird, annehmen? Siehst du? Die Wahrheit spricht jetzt zu dir und du kannst sie tief in deinem Geist wahrnehmen. Der Körper ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach der Hölle eingetauscht. Gottes Sohn streckt seine Hand aus, um seinen Bruder zu erreichen und ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Nun ist der Körper heilig. Nun dient er dazu, den Geist zu heilen, den zu töten er gemacht wird. Und durch diesen Kurs in Wundern, durch diesen universellen Lehrplan, wird die Idee, was der Körper ist, also eben dieses getrennte Etwas, diese Idee wird transzendiert, um den Körper dem Heilsplan der Liebe zu übergeben und hieraus zu agieren und zu handeln. Und dabei kommt dann etwas völlig anderes heraus, als das, was des Ego-Plans, das Drehbuch des Egos bisher war. Und aus meiner Perspektive können wir aus dem Drehbuch des Egos aussteigen, in dem wir den Zaun, die körperliche Identifikation, die persönliche Idee, die wir gemacht haben, aufgeben. Durch indirektes Lernen. Wie siehst du das, Jesus? Jesus, der die Wahrheit repräsentiert. Und ich spreche hier vom Jesus des Kurses im Wundern. Wie siehst du das? Was siehst du in diesem Gegenüber? Und wenn du Jesus zum Beispiel danach fragst, was siehst du? Dann wirst du und wirklich kurz innehältst und dir ein paar Minuten Zeit lässt, um dir aufzuzeigen, was Jesus sieht. Dann wirst du beginnen zu staunen. Und dann wird das, was du gemacht hast, die Trennung, sich auflösen. Und wie soll ich sagen, die Einheit wird sich zeigen können. Die unermessliche Liebe. Und letztendlich bedeutet dies, dass wir unsere Projektionen aufgeben. Projektion bedeutet in den Beziehungen zum Beispiel, All meine Ideen, die ich auf dich projiziert habe, fallen weg. Und ich sehe nur noch Liebe, die in diesem einzigen Augenblick existiert. Ich sehe nur noch die Wahrheit. Und ich möchte nur noch die Wahrheit sehen. Und dann gehen wir Hand in Hand zu des Himmelspforte. Und solange ich mit meinen tollen Ideen, was du bist, was du zu sein hast und wer du werden solltest, solange ich diese Ideen noch immer wieder wahr machen will, halte ich uns beide in geträumten Zäunen fest. Ich glaube dann, dass Liebe nun zwischen uns ist, weil ich dich heirate oder weil wir Kinder bekommen oder weil wir ein Haus gebaut haben oder eine Wohnung zusammenbezogen haben. Aber das ist keine Liebe und das ist auch kein Beweis der Liebe. Selbst eine kirchliche Heirat ist kein Beweis der Liebe. Das sollten wir inzwischen schon festgestellt haben. Ein Beweis der Liebe bedeutet, ich liebe jeden, so wie mich selbst. Ich mache keine Unterschiede mehr, weil ich mit dir ein Haus gebaut habe. Das ist keine Liebe. Ich mache keine Unterschiede mehr und ich sage, dich liebe ich und dich kann ich leider nicht lieben, weil ich habe die Liebe aufgeteilt. Ich habe aus der Einheit ein Stückchen herausgebrochen, um der Welt zu zeigen, wo jetzt mein Hafen ist, bei diesem Mann, bei dieser Frau. Das ist, gelinde gesagt, lächerlich. Das ist das Spiel des Egos. Und diese Zäune sind schon so alt und so vermodert und wir sind wirklich in einer völlig anderen Daseinsform und können dies jetzt aufgeben. Wir können es wirklich aufgeben. Ich liebe dich, so wie alle anderen gleichermaßen, weil ich mich selbst liebe, weil ich die Liebe in mir erkannt habe. Und dann brauche ich von dir keine Liebe mehr, keine besondere mehr. Und dann wird die Lektion 280 so klar und so deutlich erscheinen. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Ja, ich liebe dich und nur dich. Und das ist eine Grenze. Und ich weiß, was richtig ist für dich und was falsch ist, das ist eine Grenze. Ich weiß, wohin du gehen solltest und was du machen solltest, ist eine Grenze. Heile du die Grenzen, die ich auf dich projiziert habe in meinem Geist. Heile du jedes Urteil, heile du jede Projektion, sei sie bewusst oder unbewusst, in meinem Geist. Ich lasse dich vollkommen frei, denn ich möchte mit dir den Frieden erfahren und nicht mehr mein Urteil. So einfach, so simpel sollten wir auf die Dinge schauen und dann werden wir sehen, dass der Körper, der bisher als Idee der Trennung gemacht wurde, plötzlich zu einem Werkzeug der Liebe wird. Weil die Liebe durch ihn spricht, weil die Liebe ihn an die Orte führt, wo er zu sein hat, weil die Liebe all die Dinge tut, die bisher das Ego versucht hat, auf der Basis der Trennung zu tun. Der, den Gott als grenzenlos erschuf, ist frei. Ich kann Gefangenschaft für ihn erfinden, aber nur in Illusionen, nicht in der Wahrheit. Kein Gedanke Gottes hat er seines Vaters Geist verlassen. Kein Gedanke Gottes ist überhaupt begrenzt. Kein Gedanke Gottes, der nicht für immer rein ist. Kann ich Gottes Sohn Grenzen auferlegen, dessen Vater wollte, dass er grenzenlos und wie er selbst in Freiheit und in Liebe sei? Kannst du dem grenzenlosen Grenzen auferlegen? Frage dich das mal selbst. Kann ich dem grenzenlosen Grenzen auferlegen? Doch nur in Illusionen, doch nur in meinem eitlen Kampf, doch nur in meinen eitlen Ideen, dass ich das tun könnte. Du kannst es nicht. Deshalb versuche nicht mehr, das Grenzenlose in eine körperliche Hülle zu stecken. Erfahre dich als grenzenlos, indem du deine Grenzen aufgibst. Lass mich heute von deinem Sohn Ehre erweisen, denn nur so finde ich den Weg zu dir. Vater, ich erlege dem Sohn, den du liebst und den du grenzenlos erschufst, keine Grenzen auf. Die Ehre, die ich ihm erweise, ist die deine und was dein ist, gehört mir ebenso. Und so lassen wir alle Grenzen fallen und sehen einen jeden als heiligen Freund, mit dem wir gemeinsam und wirklich gemeinsam nach Hause gehen. Nicht mehr alleine, ich muss erwachen, ich muss glücklich werden, ich muss, muss, muss. Wir gehen gemeinsam nach Hause, in tiefer Freiwilligkeit, in tiefer Liebe, in tiefem Leuchten und in einer Schönheit jenseits jeden, jeden persönlichen Gedankens. Du bist frei, ich bin frei, wollen wir dies heute gemeinsam anerkennen, um uns in der Einheit des Gedanken Gottes wiederzuerfahren und zu erkennen. So sei es. Danke. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser